Was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf Maestro. Meine Worte zur Sinan-Thematik. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Boy mit den hübschen Augen dazu zu sagen hat. Und wir gucken einfach mal rein. Was geht ab? Salaamu alaikum und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Normalerweise lade ich dienstags, donnerstags und sonntags hoch. Heute außerhalb der Reihe, denn es ist kein klassischer Content, den ich normalerweise bringe. In letzter Zeit habe ich ja sehr... Naja, eigentlich schon das normale Laber-Video, wie sonst auch auf seinem Kanal. Aber mach weiter, alles gut. Viel Entertainment, aber auch Familien-Content, positive Sachen, Videos mit Liebe gebracht. Heute haben wir ein sehr unangenehmes Thema. Es ist das Sinan-Thema. Und es ist auch Zeit, jetzt ein abschließendes Statement dazu zu geben, denn alle Karten sind auf dem Tisch. Manche Menschen hatten mir im Vorfeld schon geschrieben, manche viele sogar, ey, warum äußerst du dich nicht? Beschützt du den oder sonst was? Es waren aber nicht Leute aus meiner Community und diese Kommentare sind mir auch egal, denn ich weiß, wie ich bin, meine Frau, mein Kind weiß, wie ich bin, meine Familie und ihr, die mir folgt. Na gut, dein Kind ist drei Monate. Ich glaube, dein Kind weiß noch nicht, wie es ist. Aber egal, ich will noch gar nicht fronten. Wisst auch, wie ich bin und was ich in der Vergangenheit alles gemacht habe, meine Karriere geopfert habe, sonst was, um Sozialkritik zu bringen, Rassismus, Diskriminierung, häusliche Gewalt, Mobbing, Missbrauch von Schutzbefohlen und sonst was aufgedeckt habe, immer drüber gesprochen habe und weiter tue und auch weiter getan habe und auch krasse Folgen, die noch nicht online sind, die aber bald online kommen werden. Aber abseits von den Leuten, wisst ihr, habe ich schon was dazu gesagt. Und zwar, ich blende es euch kurz mal ein. In der Vergangenheit habe ich euch bewiesen, dass ich ein Mensch bin, der immer den Finger in die Wunde legt. Ich mache ein Thema auf, wenn ich mir sicher bin, wenn ich hundertprozentig Überblick über die Situation habe oder größtmöglichen Überblick über die Situation habe. Die Sache, die jetzt beim Sinan vorliegt, ist eine Sache, wo es zwei Gegendarstellungen gibt. Ich habe mit Sinan seit Wochen nicht gesprochen. Sinan hat damals gesagt, dass er das nicht getan hat. Auf der anderen Seite gibt es aber gewaltige Vorwürfe über Aussagen, die getroffen worden sind, die ich mir selber nicht erklären kann und dessen Erklärungen wir natürlich noch abwarten. Auf der anderen Seite kennt jeder meine Meinung zur Pädophilie. Wenn jemand sowas macht oder so ein Gedankengut schon alleine nur hat, was ja rein theoretisch nicht strafbar ist, nur das Gedankengut zu haben, dann distanziere ich mich nicht nur von diesen Menschen, sondern wäre auch eigentlich dafür, dass wir die Gesetze in Deutschland so ändern, dass solche Menschen mit der vollsten Härte bestraft werden. Alles, was ich dazu zu sagen hätte, wäre ja entweder eine Hetzjagd oder eine Verteidigung. Ist das jetzt das alte Video oder das ist das neue Video? Ich möchte mich beteiligen. Ich möchte weder verteidigen, noch möchte ich mich an einer Hetzjagd beteiligen. Das heißt, ich habe an dieser Stelle keinen Mehrwert für euch. Ich könnte euch höchstens erzählen, wie ekelhaft ich finde, wenn man solche Sachen mit Kindern vorhat. Und an dieser Stelle weiß jeder, dass ich ein Mensch bin, der immer klare und nötige Konsequenzen zieht und meine Verantwortung enthält. Ja gut, kann ich aber auf jeden Fall verstehen, dass er bisher kein Video dazu gemacht hat. Ich finde, das macht schon Sinn auf jeden Fall, was er sagt. Ich meine, ich zum Beispiel habe ja auch ein Video dazu gemacht, aber ich bin halt natürlich auch Meinungsblogger so. Ich rede halt über aktuelle Themen und fasse ja auch mehr zusammen meistens. Also natürlich sage ich auch immer meine Meinung halt mit drin, aber ich fasse natürlich mehr zusammen. Deswegen war es klar, dass ich darüber berichte. Ihn kann ich aber verstehen, dass er sagt, naja, was soll ich euch halt dazu beitragen? Man weiß ja theoretisch nicht, ob das halt stimmt oder nicht. Und seine Leute, also hat der theoretisch jeder mitbekommen, seine Leute wahrscheinlich in der Community, die sind noch ein bisschen mehr rapaffin als meine wahrscheinlich, haben das halt sowieso schon mitgekriegt. Sehr ernstnehmer. Also so kann ich das Einzige tun, was ihr alle auch tun könnt. Abwarten, gucken und dann die richtigen Konsequenzen ziehen. Ich habe gesagt, ey Leute, wenn es sich bewahrheitet, dann werde ich am schärfsten schießen und mit als einer der ersten schießen. Gestern kam sein Video, heute kommt direkt dieses Statement. Er hat es nämlich zugegeben. Entgegen den ganzen, ganzen Wochen, Monaten, Monaten, wo er gesagt hat, es ist nicht so und wo sein Umfeld und seine Freunde, die ihn kannten und die mochten, ihm geglaubt haben, hat sich jetzt herausgestellt, es ist nicht so. Es gab davor immer nur Schnipsel und er hat immer argumentiert, das stimmt nicht. Er hat gesagt, das ist gelogen, das ist so und das ist Nachbarbeit und das ist dies und das ist jenes. Und dadurch, dass es immer nur diese Schnipsel gab und niemals ein langes Dokument oder eine lange Datei, wo man sich das anhören konnte, hat man sich gedacht, warum wird das nicht veröffentlicht? Dann gab es den Grund, dass die Dame, die das halt aufgenommen hat, gesagt hat, ich wollte nicht, dass man meine Stimme hört und ich finde, dieser Punkt ist zurecht. Ja, kann ich verstehen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Ja, ich meine, die ist halt nicht in der Öffentlichkeit, die will wahrscheinlich auch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja, und ich sag mal, dass so ein Ding viral geht, war halt auch klar, dann kennt jeder ihre Stimme. Kann ich schon nachvollziehen, dass man das nicht unbedingt will. Dieses Video wurde halt nicht veröffentlicht und deswegen waren wir alle blind. Er hat ja allen erzählt, dass es nicht stimmt. Er hat auch seinen besten Freunden und allen hat er das immer behauptet und geschworen, dass das nicht stimmt. Und als Mensch wünschst du dir, dass er recht hat? Wünschst du dir, dass es wirklich nicht stimmt? Dass es ja wirklich nur zusammengeschnitten ist? Du willst ja nicht, dass es sowas gibt überhaupt auf der Welt. Stellst dich raus, die ganze Zeit war alles eine Lüge, alle Leute wurden belogen, alle Leute, die ihn sogar geschützt haben in der Loyalität und dem Vertrauen drauf, dass seine Weste vermeintlich weiß sein soll, sind jetzt mit dem Bach runtergegangen. Du sagst, du entschuldigst dich auch bei den Leuten, die du angelogen hast. Wie kannst du dich dafür entschuldigen? Wie kannst du es überhaupt wieder gut machen? Du hast Menschen ins Verderben gestürzt. Du hast Menschen belogen, die ihr eigenes Gesicht für dich geopfert haben. Aber tun wir das mal zur Seite. Ja gut, aber ich weiß nicht, wer wurde denn jetzt hart belogen? Also klar, irgendwo Ruse auf jeden Fall. Da weiß ich aber nicht, ob der das halt wirklich wusste, also ob der jetzt wirklich nicht wusste, dass das echt ist. So da keine Ahnung. Ja, das Ding ist, ich sag mal ganz ehrlich, ich kann da ehrlich gesagt Zinan G schon verstehen. Weil er wird ja gerade generell von vielen Leuten dafür gehatet, dass er ja gelogen hat. Jetzt mal unabhängig vom privaten Umfeld, dass er auch öffentlich gelogen hat. So, aber gerade bei so einem Thema ist halt klar, dass wenn das rauskommt, die Karriere ist vorbei. Die Karriere ist absolut vorbei von ihm. Ich glaube nicht, dass wenn er jetzt bei Twitch oder sowas online kommt, dass der auch nur drei vernünftige Kommentare hat. Ich glaube, der kann erstmal die nächsten Wochen, kann er erstmal Millionen Leute Bannen, die da in den Stream kommen. So, und er weiß ja, was da auf dem Spiel steht. Und zwar seine Karriere und er weiß auch wahrscheinlich, dass das, was er da gemacht hat mit dem Telefonat, dass das scheiße gewesen ist. So, und deswegen kann ich es halt komplett verstehen, dass man natürlich seine Karriere schützen möchte. So, das ist doch komplett normal, dass man sich nicht hinstellt und sagt, jo, das war ich, jetzt machen wir weiter. So, das kann ich tatsächlich komplett nachvollziehen. Also, gut, von mir kann es sowas nicht geben, weil ich finde das absolut ekelhaft, aber selbst wenn es irgendwas geben sollte oder so, Bruder, ich würde das erst zugeben, wenn ich wirklich gar keine Möglichkeit mehr habe. Du hast auch noch die Dame diffamiert und so getan, als ob sie eine verrückte Lügnerin ist. Tun wir das auch nochmal zur Seite. Du hast in einem Telefonat, in einer Situation, wo du ein Glied in deiner Hand hast, so über ein zweijähriges Kind geredet. Wie, wie, also das geht nicht in meinen Schädel rein, in keiner Vorstellung von mir. Egal, ob man das mit Dirty Talk rechtfertigt oder sonst was. In keiner Vorstellung, in meinem Kopf, kann ich es ansatzweise mit einem Staubpartikel verstehen, wenn man in diesem Moment an ein zweijähriges Baby, aller allgemein, an ein Kind, ein Baby, ein Juni, ein Juni oder so, oder so, ich denke, also dann hinterher zu sagen, das wollte ich nicht, das fand ich so gemeint, ist für mich absurd. Ist für mich wirklich, ist es für mich absurd, weil ich würde niemals in so einem Moment auf die Idee kommen, zu sagen so, ich trinke jetzt Gift, ich werde mir jetzt meinen Arm abschneiden, weil das würde mich ja nicht erregen. Warum sollte ich sowas sagen? Es würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Das ist auch so ein Punkt, wo ich überlegt habe, also egal wie geil ich gewesen bin oder sonst irgendwas, mir ist noch nie in den Sinn gekommen, also wirklich noch nie irgendwie, also irgendwas mit Kindern, egal was, so, noch nie, nicht mal ansatzweise. Und es ist halt schon komisch, dass er elf Minuten dann über ein kleines Kind redet und wie gesagt, selbst wenn es Dirty Talk gewesen ist und er das nur gemacht hat, weil er da irgendwie beleidigt werden wollte, also selbst dann, ja, sagen wir mal jetzt, ich facetime mit einer Mutter und die sagt mich, weiß nicht, sag irgendwas Schlimmes so, dass sie dich beleidige, ich will dich runtermachen, so selbst dann, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich irgendwelche frauenverachtenden Sachen sagen, ich würde nie im Leben das Kind mit reinziehen. Das würde mir gar nicht in den Sinn kommen, während ich mir einen runterhole. Genau so gilt das für Kinder und so. Und ihr könnt mich haten dafür, aber ich habe gesagt, dass ich meine nötigen Konsequenzen ziehe und natürlich distanziere ich mich in aller Form, nicht nur von dem, was er gesagt hat und getan hat, sondern auch von ihm als Menschen. Ich bin selber Vater geworden, ich will euch gar nicht sagen, auch wenn ich so versuche, so kalt gerade zu reden, weil es ein sehr emotionales Thema ist, wie ich mich in mir drinnen fühle, als so, keine Ahnung, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin unfassbar enttäuscht, ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Und ich finde, jemand mit so einem Gedankengut sollte auch keine Reichweite haben. Das muss ich leider ganz klar an dieser Stelle genauso sagen. Er distanziert sich zwar davon, aber ich möchte eine Frage stellen, einfach für euch alle, das könnt ihr euch selber dann fragen. Er hat ja gesagt, so, bringen sie vor die Kamera und hat dann auch beleidigt, hat nochmal gesagt, ich sage dir jetzt, bringen sie her und so, ich will das und das mit ihr machen. Ich will das und das in ihre Hände machen. Ich will, dass sie bei mir so und so macht, während wir uns küssen und sowas. Stellt euch mal vor, sie wäre wirklich da, das Kind, was er ja nicht wissen kann. Stellt euch mal vor, das Kind ist da und die Dame, die verantwortungsbewusst reagiert hat und ihm das natürlich nicht macht. Stellt euch mal vor, die hätte nicht verantwortungsbewusst reagiert. Stellt euch mal vor, die hätte das Kind gebracht, so wie er verlangt hat. Er hat ja alles, was er tun konnte, getan. Er hat gesagt, bringen. So, alles liegt jetzt nicht mehr in seiner Hand. Er hat es ja weggegeben. Es hängt von einer fremden dritten Person ab, ob das jetzt erfüllt wird oder nicht. In dem Moment, dass sie es nicht gebracht hat, hat sie ihm noch einen guten Dienst erwiesen, weil sonst würden wir jetzt über einen ganz anderen Sachverhalt reden. Boah, Digga, Alter, wenn das Kind vor der Kamera gewesen wäre. Gut, dann wäre sie auch komplett durch, aber Junge, das wäre, also dann, ja. Was wäre denn passiert? Er sitzt da und so mit, na, und, und sie bringt das Kind. Was wäre denn dann passiert? Das sind Dinge, die ich mir nicht vorstellen möchte. Das sind Dinge, die ich gar nicht, an die ich denken möchte und dementsprechend so. Jeder muss für sich selber die Frage stellen, ich möchte mit, also ich mache einen großen Bogen um Menschen, die so ein Gedankengut haben und ich finde, dass Menschen mit so einem Gedankengut auch in eine Therapie gehören, auch überwacht vielleicht gehören oder sowas, damit eben sowas nicht passiert. Damit sowas wirklich nicht sich manifestiert, irgendwann das aus Gedanken nicht taten werden. Denn Menschen, die mich jetzt dafür kritisieren, für diese Aussage, stellt euch mal vor, ein Rechtsradikaler, dessen größter Wunsch es ist, dass alle Ausländer eliminiert werden würden. Das ist ein Best-Case-Szenario. Der ist irgendwann betrunken, seine Frau hat ihn verlassen und der sitzt im Park nachts, ja, stockbesoffen. Und da läuft ein Ausländer vorbei an ihm. So. Könnt ihr garantieren, dass der dem jetzt nicht den Schädel einschlägt? Könnt ihr nicht. Das heißt, es geht eine gewisse Gefahr von einem Menschen aus, der ein bestimmtes Gedankengut hat. Na gut, also ich würde eher sagen, was man auf jeden Fall machen sollte, ist zu klären, ob er wirklich pädophil ist oder nicht. Da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Tests oder Möglichkeiten. Weil jetzt ist halt, also theoretisch könnte es ja wirklich so sein, war einfach ein dummer Dirty Talk, keine Ahnung, nehmen wir mal an. Ja, deswegen kann man ja halt so Tests und so weiter, glaube ich, halt machen. Und dann kann man ja immer noch gucken, okay, hat der wirklich so ein Gedankengut oder nicht. Und wenn ja, genauso wie Maestro sagt, auf jeden Fall Therapie. Dann sollte er auch keine Reichweite haben, weil dadurch kommt man immer an Minderjährige ran, wenn man möchte. Und da muss er sich halt aus dem Internet fernhalten. Und ja, aber das würde ich auf jeden Fall noch mal davor dingsen. Und so sehe ich das auch. Weil für mich kannst du das nicht mit Dirty Talk rechtfertigen. Ein Kind hat in einem Dirty Talk nichts zu suchen. Mir würden auch andere Sachen nicht einfallen, die ich in einem Dirty Talk sage. Dementsprechend ist es für mich unentschuldbar, was da passiert ist. Auch, dass man Freunde hat so auflaufen lassen, ist illoyal und sehr unentschuldbar für mich. Menschen, die an dich geglaubt haben. Menschen, die selber Shitstorm bekommen haben, weil sie dich nicht gelünscht haben. Weil sie gesagt haben, ich gebe dir diese 1% Chance, dich zu rehabilitieren, weil wir neutral bleiben wollen. Auch diese Menschen hast du gegen die Wand gefahren. Das waren meine Worte zu Sinan. Ich bin auf jeden Fall ganz weit weg von dieser Geschichte. Es war auch meine Pflicht, dieses Video zu machen und euch zu zeigen, mit was für einer Härte ich verurteile, was dort passiert ist. Für mich passt das, also das passt nicht in mein Weltbild. Vorne und hinten nicht. Und egal, was in der Zukunft sich noch zeigt, egal, ob Sinan sich vielleicht rehabilitiert oder nicht, für mich ist das fix. Digga, Gregor, was ist denn mit dir los? Vielleicht war es schwarzer Humor, aber ich denke nicht, wenn das Gespräch so lang ging. Ja, Bro, Sinan G hat nur ein paar Witze gemacht, Digga. Haha, lo, schwarzer Humor. Hol mal die kleine vor die Kamera, während ich mir gerade ein wichste. Digga, was? Ey. Ich bin raus. Bei jedem Menschen, der mit sowas zu tun hat. Und mein Rat und mein Wunsch an Sinan ist einfach, bitte such dir Hilfe. Denn abseits von dieser Geschichte mit Minderjährigen gab es viele andere Skandale, die mit expliziten Themen zu tun hatten. Und anscheinend hast du da in der Hinsicht ein gewaltiges Problem. Und auch das ist nicht sehr vorbildlich. Wir haben alle aus Liebe zu der sympathischen Person, die du in der Öffentlichkeit darstellst. Und als Mensch, mit dem man vielleicht auch gesessen, geredet hat und Talks hatte. Und ich bin ein Mensch, der immer das Gute in allen anderen sieht. Und ich mag es, Menschen zu lieben. Aber ich kann nicht wegen dem meine Prinzipien über Bord schmeißen. Soll es mein eigener Vater sein, bei dem das passiert wäre, ist da für Allah, meine eigene Frau, Kind, Onkel, Tante, bester Freund, sonst was, das ist egal. Ich hätte das Video genauso in der Form gemacht. Und ich würde euch und mich belügen, wenn ich das nicht genau so gesagt hätte. Dementsprechend passt das. Ja, aber sehr gutes Statement auf jeden Fall, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr schön, dass er sich davon distanziert. An sich, wie gesagt, hat er natürlich recht, dass er auch seine Freunde und so weiter belogen hat und die dann ins Messer gelaufen hat. Klar, sehe ich natürlich an sich genauso. Kann er natürlich verstehen, dass man da die Wahrheit nicht sagt. Ist natürlich dann doof für Leute, die einen dann verteidigt haben. Auch all die Jahre, das ist gar keine Frage. Und ich finde es gut, dass er sich da distanziert. Er hat schon die richtigen Worte gesucht. Ich finde auch, dass Hina sich auf jeden Fall Hilfe suchen sollte. Ja, und ich bin gespannt, was da jetzt passiert. PalliTV, Dankeschön für den Prime Sub.